So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Escape from Tarkov. Mein Bruder ist mit am Start, Masterkiller, der jetzt ja auch einige Videos schon auf dem Kanal gemacht hat. Und wir haben uns zusammen mal an die komplexe Thema der Munitionseigenschaften gemacht. Wir werden jetzt auch mit Sicherheit viele von der Open Beta eben neu dazukommen, deswegen machen wir ja gerade vermehrt Beginner Guides. Und mit Sicherheit gibt es auch noch ein paar eingefleischtere Escape from Tarkov Spieler, die da noch nicht ganz durchblicken, wie wir selbst eben auch. Und wir haben uns eben damit mal beschäftigt, um das ganze Thema aus der Komplexität einfacher zu gestalten und übersichtlicher vor allem. Wir haben jetzt zum Beispiel Escape from Tarkov Wiki, Ballistik und das normale Wikipedia zur Rate genutzt und haben uns hier mal jetzt drüber gemacht, um das ganze Thema möglichst zu vereinfachen, dass eben jeder auch kurz mal gucken kann, okay, hey Moment, welche Munition brauche ich jetzt, was will ich? Stellen sich mit Sicherheit viele die Frage und ich kürze es jetzt auch einfach ein bisschen ab. Wir werden jetzt auf alle Munitionsarten eingehen und euch alle sagen, was wichtig ist und was ihr wissen möchtet, ohne die Spezialitäten wegzulassen. Wenn ihr da mehr in die Details möchtet, geht einfach mal auf Escape from Tarkov Ballistics. Es ist eine sehr gute Seite, wo viel Daten eben drinstehen, wo wir aber persönlich finden, dass es too much ist, wenn man jetzt einfach sich fragt, welche Munition brauche ich in welchem Zeitraum. So, Masterkiller hat hier ein Dokument erstellt, hat sich auch die Mühe gemacht und wird jetzt mal ganz kurz erklären, was er hier gemacht hat. Ja, also ich habe mir, wie gesagt, die Tage Gedanken gemacht, wie man das mit den ganzen verschiedenen Munitionsarten am einfachsten darstellen kann. Und wo ich dann quasi mir diese Tarkov Wiki-Seite eingeschaut habe, bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht die Effektivität von einer Kugel darzustellen, indem man einfach von diesen Werten, was wir hier haben, und zwar sprechen wir hier quasi von dem Body Damage, der Armor Damage Class 2, Class 6 und Armor Penetration Class. Wenn man von den Werten den Durchschnittswert einfach ermittelt. Die Muscle Velocity, also Mündungsgeschwindigkeit, habe ich jetzt mal außer Acht gelassen, genauso wie den Preis, also das steht ja teilweise in keinem Verhältnis zu der Leistung der Kugel selber. Also, ich habe jetzt aus den ganzen Kugeln da quasi die Durchschnittswerte errechnet, wobei wir jetzt hier eine leichte Unterteilung haben von den verschiedenen Sorten. Da haben wir ja einmal die, sage ich mal, die normale Munition, dann diese, wie es auch hier immer beschrieben wird, ich glaube Sportmunition, oder war das richtig? Ja, für die Jagd zum Beispiel, ja. Genau, und dann haben wir einmal diese Unterschallmunition und dann noch eben die Munitionssorten BP, BS und BT, wo speziell für, gegen gepanzerte Ziele sind. Vom Durchschnittswert muss man sagen, das lässt jetzt natürlich Faktoren, wie, was ist jetzt wichtiger, Mannstoppwirkung oder gepanzerte, also... Armor Penetration. Armor Penetration, was ist wichtiger, lässt jetzt der Durchschnittswert völlig außer Acht. Mir ging es jetzt hier einfach nur um die Gesamteffektivität. Wobei man jetzt ja nicht kurz und knapp sagen kann, der beste Durchschnittswert, wenn man bei dieser Munition PRS 21,75 hätte man da, der Wert sagt jetzt grundsätzlich nichts aus, es ist einfach nur der höchste Durchschnittswert. Die PRS-Munition ist, sag ich mal, mit 30 Rubel bezahlbar, also jetzt nicht übermäßig teuer und die hat man im Ingame, glaube ich, hat man die von Stufe 1 an, kann man die kaufen. Also was natürlich ein immenser Vorteil ist, was bei diesen BP, BS, BT Munitionen nicht der Fall ist, auf jeden Fall. Die höchste Mannstoppwirkung hat die Kugel SP, habe ich hier auch rot kennzeichnet, mit 21,094, aber nicht den höchsten Durchschnittswert. Die höchste Mannstoppwirkung, da waren wir hier bei einem Wert von Body Damage pro Schuss mit 67. Genauso umgekehrt in die andere Richtung jetzt, mit der höchsten Penetration, klasse, sag ich mal, bei gepanzerten Zielen, wäre die beste Munition, die BS, die hat zwar hier vom Gesamtwert, ist die eigentlich nicht so toll, aber das kommt dadurch, dass diese Armor Penetration Munition eben bei Body Damage den Werten nicht so toll ist, aber halt bei gepanzerten Zielen umso besser. Das ist nämlich auch, da muss man dann einfach für sich unterscheiden, welche Munition man da für welche Situation eigentlich einpackt. Grundlegend ist natürlich jetzt zu sagen, was ja gerade extrem gut hier dargestellt ist und auch eben erklärt wurde, ist, es geht immer im Prinzip, ihr wisst nicht, was als nächstes auf euch zukommt, welcher Gegner, ist er stark gepanzert, ist er schwach gepanzert, von dem her, ja, muss man sich immer selber im Prinzip eine gute Mischung oder eben wirklich auf die Durchschnittsware, die PAS, verlassen oder man geht rein und geht schon davon aus, hochgepanzerte Ziele zu treffen, aber wie gesagt, man kann da nie, man weiß es einfach nicht bei dem Spiel, von dem her, schwieriges Thema auf jeden Fall. Was jetzt vielleicht noch interessant ist, Jörg, kannst du noch was zu der Subsonic Munition sagen? Weil die ist mit Sicherheit für den einen oder anderen auch ein großes Fragezeichen, wie es für mich eben auch war. Ja, es gibt ja hier noch diese zwei größeren Unterteilungen, abgesehen von den Standard-Munitionssorten, ist ja einmal die Leucht-Munition, wo du vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehst und eben diese Subsonic Munition, habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, warum, weshalb, was hat es damit auf sich? Und zwar ist die grundsätzlich da, wenn es um Einsätze geht, wo es leise zugehen muss. Man hat ja eine Schallgeschwindigkeit, ich sage jetzt mal ganz trocken aus Wikipedia, in trockener Luft von 20 Grad beträgt die Schallgeschwindigkeit 343,2 Meter pro Sekunde. Bei der Subsonic Munition bewegt man sich hier bei Patronengeschwindigkeiten von etwa 300 bis 330 Meter pro Sekunde. Deswegen Unterschallmunition, bei der Überschallmunition, also jetzt zumindest von den Ingame-Werten, was wir hier auch auf der Taugauf-Wiki haben, redet man von 800 bis 900 Meter pro Sekunde. Und zwar jetzt nochmal drauf einzugehen, dass es leise ist. Man hat ja bei einem Abschuss von einem Projektil, hat man ja nicht nur den Mündungsknall, das sage ich mal jetzt hier auch gerade aus der Wiki, der Mündungsknall ist das Geräusch, das bei der Schussabgabe von Schusswaffen entsteht. Er entsteht durch die Dekompression des im Gewehrlauf befindlichen Gasdrucks an der Mündung. Heißt, wenn die Kugel vorne aus dem Lauf rauskommt, entweicht das ganze Gas und das gibt diesen Mündungsknall. Den kann man unterbinden bzw. nicht unterbinden, aber wesentlich verringern, indem man einen Schalldämpfer benutzt. Was jetzt aber der wesentliche Punkt ist, zu was diese Unterschallmunition ist, ist der Geschossknall. Und der, der sich jetzt auch ganz kurz vorgetan hat, ein Geschossknall wird lokal hörbar, nachdem ein Geschoss vorbeigeflogen ist, dessen Umströmungsgeschwindigkeit die örtliche Schallgeschwindigkeit des Umgebungsmediums in der Regel Luft überschreitet. Ist eigentlich, wenn man es so mal liest, ganz einfach. Eine Überschallmunition ist, wenn die an einem vorbeifliegt, hat man einfach diesen Überschallknall. Also, wie auch wenn ein Chat oder irgendwas an dir vorbeifliegt. Und diesen Überschallknall, dieser fehlt eben bei dieser Unterschallmunition, weil die einfach zu langsam fliegt. Jetzt kann man quasi in Verbindung mit dem Schalldämpfer und der Unterschallmunition hat man quasi einen extrem leisen Schuss. Kommt natürlich auch noch wahrscheinlich auf die Waffe miteinander, aber das sind andere Faktoren. Was natürlich ein Nachteil ist von dieser Unterschallmunition, durch diese extrem langsame Fluggeschwindigkeit leidet da in der Regel natürlich die Reichweite des Schusses drunter. Und der Preis ist natürlich auch überdurchschnittlich hoch mit 132 Nubbel pro Kugel. Also das steht, glaube ich, was jetzt alleine das Spiel betrifft, in keinem Verhältnis. Ja, und das ist halt im Prinzip von der Sache her, weiß ich nicht, dadurch, dass es halt eher für den, in Anführungszeichen, Nahkampf gemacht ist und für den lautlosen Einsatz oder möglichst lautlosen Einsatz, wahrscheinlich in der Factory interessant, aber in den anderen Karten unter Umständen auch, aber einfach stark situationsabhängig. Ich gehe jetzt noch kurz auf die Tracer-Munition ein. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Dabei geht es um Leuchtspur-Munition. Einfach, dass man sieht die Laufbahn und Flugbahn der Kugel und ist unter Umständen von Vorteil. Gerade beim Snipen hat es den Vorteil, man selber sieht halt, okay, wie hoch ist der Bullet Drop? Muss ich höher zielen, muss ich niedriger zielen? Einfach dieses schnelle Beurteilen, wo fliegt meine Kugel eigentlich hin? Nachteil ganz einfach ist, andere Teilnehmer in dem Kampf oder auch der Gegner sieht natürlich sofort, okay, im Moment, von dort kommt eine Kugel angeflogen. Also mehrere Kugeln. Und man kann so seinen eigenen Aufenthaltsort einfach verraten. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Was jetzt noch generell zu sagen ist, oder was ich jetzt noch sagen würde im Allround-technischen Bereich, Ihr müsst natürlich für euch jetzt die beste Munition finden. Die PAS ist definitiv preis- und wertleistungstechnisch die beste Kugel, die wir gefunden haben. Auch aus den Sachen her, dass man sie eben auch direkt von Anfang an kaufen kann. BP, BS und BT Munition zum Beispiel, also mit sehr hoher Body Armor Penetration, kann man sich mal beim Fans wahrscheinlich kaufen oder wenn man die Trader ganz hoch hat. Aber selbst dann sind sie, glaube ich, in den meisten Fällen ausverkauft. Von dem her ist von unserer Seite aus jetzt Allround-technisch, PAS, die beste Munition. SP-HP-FMJ ist halt jetzt, wie wir vorher auch schon gesagt haben, in dem Jagdbereich gegen ungepanzerte Ziele extrem hoch und extrem gut. Und BP eben für stark gepanzerte Ziele extrem gut. Von dem her könnte man sich auch die Arbeit machen und die Magazine mit verschiedenen Kugeln ausrüsten. Zum Beispiel Kugel 1 ist, blöd gesagt, eine HP, eben mit extrem hoher Body Damage oder eine SP. Und dann kommt jede zweite oder dritte Kugel, kommt eine panzerbrechende Munition rein und oder sogar noch eine Tracer-Munition. Am Schluss wird das oft gemacht. Zum Beispiel als zehntletzte Kugeln, fangen die Tracer-Kugeln an, dann sieht man selber, okay, ich habe jetzt noch ein paar Schuss, aber dann muss ich auf jeden Fall nachladen. So kann man natürlich extrem gut rumspielen. Wenn ihr Kugeln im Inventar vereinzeln wollt, müsst ihr auf den Stack klicken, mit Steuerung gedrückt halten und auf ein anderes Feld gehen. Und dann könnt ihr quasi die Stacks unterteilen in gewünschte Staffelungen, eben von 1 bis wie viel auch immer ihr dann eben haben wollt, um quasi sich dann Magazine gemischt zu stopfen. Ist mit Sicherheit in den meisten Fällen von Vorteil, je nachdem, was man von Munition hat. Und ansonsten, also ich spiele persönlich, muss ich sagen, PAS-Munition. Und bin damit auch ganz okay zufrieden. Klar, man hat immer den einen Vorteil, die eine Situation, okay, jetzt ist ein Hedgling vor mir, okay, den kriegst du damit halt tot. Oder den mit der Fort-Armor würdest du natürlich mit Panzerbrechner-Munition besser totkriegen. Aber wie schon gesagt, du weißt nie, wer als nächstes vor dir steht. Das würde ich jetzt auch mal als Abschlussplädelé lassen. Das Ganze ist jetzt, wie ihr hier oben seht, Kaliber für die AK-74-Bauweise 5,45x39mm. Hier links oben seht ihr nochmal die Gewehre, wofür die passen. AKS-74U, AKS-74UN, eben den ganzen Bauweisen. Noch kurz auf die Magazine kann man noch kurz eingehen. Wir haben hier einmal das Saiga-Munition mit 10 Kugeln, also das kleine für AK-74N, AK-74SU-Baureihen. Dann gibt es die Standard-30-Schussmagazine, das Orange und das Schwarze. Auf die Details gehe ich jetzt nicht ein, welches eben unhandlicher ist. Das 60er Magazin zum Beispiel. Oder eben das 45er Magazin gibt es noch. Da war ich eigentlich am Anfang ziemlich gehypt, habe mich so gefreut. Oh, nice, geil, ein 45-Schuss-Magazin. Ein sehr großer Nachteil ist, was es für mich eigentlich fast unspielbar macht, außer man spielt oft mit dem Alpha-Rig. Es hat drei Slots in der Länge, also es ist extrem unhandlich sozusagen. Hat 45 Schuss, drei Felder, 60 Schuss hat nur zwei Felder. Also wenn ihr die Wahl habt, nehmt das 60-Schuss-Magazin und dann läuft es. Ja, ich denke, wir haben es jetzt hoffentlich nicht zu weit getrieben. Wir wollten es eben speziell auch ziemlich einfach halten, um euch im Prinzip das ganze Thema ein bisschen zu vereinfachen. Ihr habt jetzt, denke ich, mit der Liste vom Masterkiller hier eine gute Übersicht. Die Daten werden wir auch nochmal in die Videobeschreibung rein, genauso wie die Links, von denen wir die Daten haben, auch mit reinschreiben. Wenn ihr euch da nochmal speziell durchschauen wollt. Aber ich denke, wir haben das jetzt mal relativ einfach aufgeklärt. Und ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr euch jetzt noch für andere Munition oder andere Sachen interessiert, schreibt es in die Kommentare. Dann können wir dazu auch mal ein bisschen recherchieren und ein Video machen. Hättest du noch was, Jörg, zum Beisteuern oder sind wir durch? Habe ich was vergessen? Das Einzige, was ich vielleicht noch als kleiner nachtrag, ich habe es jetzt aber im Nachhinein auch in das Dokument noch mit reingeschrieben, diese vier Werte, diese Armor Damage Class, die bezieht sich, die Armor Damage Class 2, auf die Paka Soft Armor, beziehungsweise die Modul 3M Body Armor, das ist diese weiße, beziehungsweise die Armor Damage Class 6, bezieht sich auf die Fort Armor. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen direkt noch. Aber ansonsten, glaube ich, alles gesagt, was man sagen muss. Genau, hat sich jetzt mit Sicherheit noch ein bisschen gezogen, aber das Thema kann man, glaube ich, noch bis in Stunden ziehen, wenn man da auf jede Munitionsart einzeln eingeht und alle Details sagt. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Wenn es euch geholfen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen oben da. War viel Arbeit, das Ganze zu recherchieren und eben in das Video zu bringen. Aber wir wollten eben das möglichst vereinfachen und haben uns selbst im Prinzip damit auch geholfen, weil wir jetzt besser Bescheid wissen, welche Munition für welchen Zweck wir brauchen. Und dann sagen wir, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.